WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Kabel macht das Rennen. Stolzmann versucht alles zu bleiben. Die Kabel ist sehr draußen. Die Kabel macht das Rennen. 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 Die Lande schaffen noch in 2012, an den Ruhmann, auf 3 und 4, die gewinnt das Flitzer, wo er die Kalle ist, weiter nach am 8, auf 3, die 95, Willen Wofrich, auf 4, Robert Rausch.